Wir sind unterwegs, im Helikopter landen, jetzt! Verdammt! Festhalten! Oh! Stich, die Ratten sind da. Adler ist sicher und auf dem Weg zu dir in Verdansk. Gut. Sie sollen glauben, dass wir uns um den Nova 6 Nachschub sorgen. Habe Sichtkontakt. Sieh los! Heiz ihn an! Verdammtes Lars! Dann mal los! An die Waffe! Bin ich drauf! Das Camp liegt östlich. Sie wussten, dass wir kommen. Fuck. Wenn wir abbrechen, ist Adler so gut wie tot. Er ist ein harter Scheißkerl. Aber jeder knickt irgendwann mal ein. Zeit ist Geld. Dann los! Er ist ein harter Scheißkerl. Er ist ein harter Scheißer. Untertitelung des ZDF, 2020